Nathalie Thompson Ich weiß, Sie wurden schon gefragt, aber nochmal für die Kamera. Sie wollen ganz sicher keinen Anwalt? Ich brauche keinen. Sie wurden verhaftet wegen des Verdachts der Verschwörung und der Entführung von Leo Newman. Kein Kommentar. Nö. Das alles ist ganz offensichtlich ein Missverständnis. Wir fragen uns, ob es sich um einen terroristischen Hintergrund, ein politisches Motiv oder einfache Erpressung handelt. Junge Erwachsene, Leo Newman, von maskierten Tätern in einem Koffer entführt. Das NYPD meldet vier Verdächtige. Catherine Newman, ich kann mir nicht vorstellen, was Sie derzeit durchmachen. Ich liebe meinen Sohn. Und ich möchte ihn wiederhaben. Wir wurden reingelegt. Wieso wir? Ich weiß nicht wieso. Was haben wir alle gemeinsam? Wir sind alle Briten und waren an dem Tag, an dem Leo Newman entführt wurde in New York. Sehen wir für dich etwa wie Kidnapper aus? Wie sieht ein Kidnapper denn aus? Wie du. Ohne Beweis für unsere Unschuld sind wir erledigt. Ich bring das in Partner. Willst du das wirklich tun? Nein. Aber ich kann nicht mehr zurück. Niemand nimmt mich als Mutter ernst. Ich werde immer als CEO gesehen. Schweigen, solange es möglich ist. Diese Regel sollte man befolgen. Ich erinnere mich nur nicht an das Kapitel, wenn ein einziges Kind entführt wird. Sie werden aufgefordert, sich zu äußern, um ihr einziges Kind zu retten. Diese Leute wollen, dass sie die Wahrheit sagen. Wir geraten tiefer da rein. Es gäbe immer noch die Chance, dass man nachvollziehen kann, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, dass du diese Leute von Anfang an unterschätzt hast. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen.